Und das haben wir wieder beim nächsten Versuch gegen die Top 4. Ja, das wird wie immer nicht leicht. Aber ich werde versuchen wieder bis zu Siegfried gekommen. Und ja, wir beginnen wie immer mit Novelei. Yugon. Ja, ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. So, Gloraklein 60, das ist noch besser. Ja. So, Austausch ist auch weg. So, Lammus. Ja, das ist richtig gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich bin daheim. I hate you. Das war so, das ist gut. So. Aber das andere ist auch kein Problem. Das kommt mir locker weg. Doch, jetzt kommt mal wieder Lapas. Unser Freund und Helfer. Ja, ja. Nein. Scheiße. Fuck. Schlecht. Ich nehme mal Lapas. Nein. Scheiße. So. Ich bin plötzlich Blaber. Alles klar. Blizzard. Alles klar. So. 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 Das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Ah, was das? Ah, da ist ja was, das ist echt gut. Und damit braucht es vorbei, sie können sich bloß verlieren, ja, sobald deine Pokémon an dann setzt es, ja, argal, wieder einmal, ja, ich zeig dir, wie ein richtiger Trainer kämpft, alles da, so, oh man, ich passe das, ja, sicher, alles da, oh ne, oh, das ist scheiße, ja, 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 das klingt ja auch nicht, was, 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 what the fuck, das sind eben 40 Level Unterschied, da ist ja derabe, aber sowas von derabe ist das ja, ne, das machen wir nicht, 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 So, Knurrack und Arbok ist Geschichte, 1800, ich weiß nicht, 2000 sind oder so. Ah, fuck Psychogenäse, das war's. Ne? Ja, ich hab die Bonn. Mal wieder. So, Siegfried mein Freund. Jetzt geht's wieder los. Ich schaff's nicht wegen der Argonie und so. Das war's. Ja, ja. Ah, sicher. Und das trifft wie immer. Das trifft jedes Mal. Alles klar. So. Aber, das ist ja egal. Ich hab ja noch ein Problem, aber. Ja, ich hab ja sonst nichts zu tun. So. Gerados ist Geschichte. So. 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 Ja, das war gut. So, so, Heistrahl und dort. So, Yoga. Okay, jetzt kommen noch die Schmerzen. Ah ja, was sagt ihr? Scheiße. Nein, kein Wien. Obwohl, jetzt dürfte ich eigentlich klanschern wollen. Ja, gut, kaum. So, gut. Jetzt kommt der Schmerz. Ja, genau. Scheiße, Donner. Fuck. Scheiße, hat die Biene getroffen? Ja, ist ja so weg gewesen. Ja, ist egal. Los, Klorat. Mach's fertig. Geht doch. So, Erfolg. Wir haben hier Musik. Es ist schon mal unfassbar. Und es ist wirklich ein Puppen. Look, yo. Hm, eigentlich. Es ist scary. Und das wird jetzt nicht ganz einfach. Weil ich kaum noch Attacke hab mit Tumor. Ich hab zwar massig aufs Beleber, aber da find's mir auch nicht. Okay, Attacke. Hallo, auf diesen Moment warte ich schon lange. Bin ich der Champion der Pokémon hier? Ich hab alles gesagt, ich bin am echtigste drin in der Welt. Das wär mal jetzt noch Sinn. Scheiße, ich muss ihn irgendwie besiegen jetzt. Ich muss ihn irgendwie trinieren. Oh, scheiße, M60 mehr jetzt. Okay. Damit hab ich jetzt nicht gericht mit, dass das gleich so viel zu verfahren. Okay, Nummer eins ist gesiegt. Dann Sarah Fjauser. Das wird jetzt mehr sein. Ja. Gott sei Dank. Das ist noch besser. 68. Das ist noch besser. Das ist kein Problem. Das mach ich mit Blankenhoff locker weg. Das. Das gibt's ja gar nicht. Gut, muss ich noch Energie hinterher holen. Gut, dass es das jetzt überlebt hat, das hätt ich nie gedacht. Okay, da ist es doch gar nicht drauf. Wohl, Nona. Scheiße, wie krieg ich das jetzt zu? Braucht doch immer, scheiße. Schlitz, aber ich hab sie. Muss es gut kriegen, irgendwie. Oh, scheiße. Ich muss es irgendwie dort kriegen, aber ich weiß nicht wie. Ich brauch Schlitzer noch für Aquaner, sonst wird das nicht gegen Aquaner. Ja, wir haben uns selber verletzt. Blöds, Vieh. Ey, das ist doch so ein Dreck, Vieh. Ja, genau, sicher. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich soll es sehen. Fuck, fuck, fuck. Aber wie kann ich das? Aber wie kann ich das? Aber wie kann ich das? Geht doch voll. Ah, scheiße. Oh. Okay. Wenn das so weitergeht, wäre das praktisch. Ja. Ja. Okay. Das jetzt hier an die Innerfägen hier wohl Nona blättet. Bei 24 Seiten Unterschied. Gut. Scheiße. Jetzt muss es treffen, jetzt muss es werden. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ihr seid doch so scheiße, ey. Gut, okay, ich hab noch heute eine Chance. Ja. Bam. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Magneton. Ich will mich doch nicht wieder zufrieden. Mensch, der hat da noch ein Ausdruck gehabt. Da geht's ja als ne Erfahrung oder ne, aber sonst immer ein Blick da gehabt. Lamborg. Ja, es brennt, es brennt. Scheiße Donnerwelle. Nein, I hate you. Scheiße. Scheiße, Mino King legt ja noch. Ah, donnerwitzig, scheiße. Ist los. Jo. Mino King. Ich bin doch nicht besiegt. Ist das geil, er kann mich so nicht besiegen. Ist das geil. Er kann mich nicht besiegen, weil ich einen Pokémon habe. Gott ist das genial. Gary, du haste Pottsau. Scheiße, Stammschau, damit habe ich nie gemerkt. Okay, also das hätte ich nie gedacht. Aber es ist das nur scheißegal. So ist Zora. Okay. Die letzte Schlacht hat begonnen. Aquana. Okay, das wird jetzt nicht ganz leicht. Jo. Die letzte Schlacht hat begonnen. Eieiei. Scheiße, wir kriegen jetzt Aquana durch. Jo. Und die nächste Schlacht. Ich glaube ich scheitere an den Aquana. Fuck. Nee. Muss nicht. Nee. Nein. Da ist mir das Aquana zu stark. Nee. Oh, ja. Das können wir noch mal eingegangen. Wenn es jetzt ein Volltreffer ist, habe ich gewonnen. Scheiße. Da-da-da-da. Jule. Ja. Ich hab's. Geiler Scheiß. Okay. Ich hab's geschafft. Aber wie es jetzt erstmal weitergeht, der darf den nächsten.